das wichtigste an einer kameraausstattung ist die ordnung das heißt man muss das alles entsprechend lagern alles an seinem ort dann hält es länger und man weiß immer wo alles ist was sich für mich im laufe der jahre als ganz praktisch erwiesen hat ist so ein kamera rucksack da passt für den schnellen dreh eigentlich alles rein was ich so brauche und ich weiß auch wenn ich den rucksack auf den rücken nehme dass ich für den dreh alles dabei habe herzlich willkommen zu diesem video in dem ich mal darüber sprechen möchte was zur grundausstattung einer kommunikationsabteilung gehört da machen sie in zukunft möglicherweise videos sie machen audio podcast grafiken und ich will ihnen mal einen eindruck geben was ich glaube was sie an kameratechnik brauchen was für ein computer sie brauchen und was dazu noch als zusatzausstattung dazu kommt sprechen wir mal über die büroausstattung grundsätzlich gehört dazu ein computer und ein handy wenn ich mir jetzt die frage stelle welchen computer soll ich mir kaufen dann ist in meinen augen die größte anforderung an einen computer der videoschnitt daran sollte ich mich orientieren das hier ist im übrigen auch ein videoschnittgerät ich habe auf diesem handy schon wiederholt videos gedreht geschnitten sofort verschickt für den schnellen einsatz also absolut empfehlenswert auch viel schneller als wenn ich über meinen computer schneide aber kommen wir mal zurück zu dem computer ich würde wenn ich regelmäßig zwischen home office und büro hin und her wechsel mir ein laptop zulegen und das würde ich folgendermaßen ausstatten mit einem leistungsfähigen prozessor einem schnellen arbeitsspeicher einer guten grafikkarte und einer großen festplatte weil videodateien sehr groß sind jetzt geht es um die frage womit drehe ich meine videos und da gibt es drei möglichkeiten viele drehen mit ihren handys kurze videos andere drehen mit spiegelreflexkameras auch dafür gibt es gute gründe was ich empfehlen würde ist ein camcorder gleich noch zwei sätze dazu mit neuesten handys die dann aber auch ein bisschen teurer sein müssen kann ich super kurze videos schneiden ich kann die drehen ich kann die direkt verschicken und natürlich kann ich auch viele andere sachen damit machen also mit apps bearbeiten und so weiter wer aber ein wenig darüber hinaus gehen möchte der muss sich entscheiden ob er sich eine spiegelreflexkamera oder einen camcorder kauft ich empfehle einem einsteiger einen camcorder das hat folgenden grund wenn ich eine spiegelreflexkamera kaufe dann habe ich hier ein objektiv mit bestimmten dioptrien ich brauche aber mehrere die ich dazu kaufen muss es wird also teurer zweiter aspekt ist wir haben ein winziges display auf dem ich das bild mir angucken muss in der regel haben spiegelreflexkameras keinen professionelle keine professionelle tonausstattung das heißt die haben manchmal einfach klinken stecker das heißt eine spiegelreflexkamera ist eigentlich nicht zum filmen gemacht zum filmen gemacht ist ein camcorder das ist eine semi professionelle kamera für den einsteiger aber eher geeignet und zwar deshalb weil ich hier ein objektiv habe das fest verbaut ist ich kann es nicht wechseln was ich wenn es schnell gehen muss möglicherweise auch gar nicht kann ich habe auch den vorteil dass ich viele bedienelemente hier außen an der kamera habe wo ich bei der spiegelreflexkamera extra ins menü muss um zum beispiel den weißabgleich zu verstellen oder den ton zu verstellen und ich habe hier einen xlr eingang das ist einfach professioneller standard für video produktion für den ton und ich habe hier einen sucher bei dem ich die dioptrien einstellen kann und wo ich ein bild sehe ohne dass mir die sonne da rein scheint wie zum beispiel bei einer spiegelreflexkamera wohlgemerkt eine spiegelreflexkamera macht bessere bilder macht eine schönere tiefenunschärfe macht knackigere bilder die schöneren filme macht man also mit einer spiegelreflexkamera wer aber nicht wirklich viel zeit hat wer weniger geld ausgeben möchte der ist mit einem camcorder besser bedient für alle drei kamera varianten brauche ich ein stativ und hierzu ein paar sätze worauf ich glaube dass man achten sollte das erste ist ich muss ein stativ kaufen dass das was da oben drauf kommt auch tragen kann das ist ein sechs kilo stativ das ist für alle anforderungen die ich so habe ausreichend man muss immer berücksichtigen dass das was hier oben drauf steht möglicherweise vom gewicht her wesentlich mehr ist als nur die kamera weil hier ein kopflicht drauf kommt ein richtmikrofon drauf kommt das empfangsteil für die funkstrecke drauf kommt oder bei einer spiegelreflexkamera möglicherweise auch noch mal ein schweres objektiv was ich denke auch wichtig ist wenn ich eine kamera habe die immer einen anderen schwerpunkt hat dann habe ich für diesen fall hier eine kameraplatte so dass ich die hin und her schieben kann und zwar so lange bis die kamera mit ihrem schwerpunkt genau über dem stativ steht dann mache ich sie fest und ich habe an diesem stativ die möglichkeit die kamera in die waage zu stellen ohne dass ich die beine bewege das macht man bei billigen fotostativen so dass man dann die beine so lange bewegt bis die kamera oben drauf gerade steht hier kann ich am stativ kopf schrauben das ganze in die waage stellen dafür habe ich hier ein wasserauge und dann steht die kamera gerade so was auch noch wichtig ist in meinen augen wenn ich einen schwenk mache habe ich an dieser kamera eine dämpfung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler richtung und dadurch werden die schwenks alle ein wenig geschmeidiger und das sieht schöner aus so und vielleicht das letzte noch das ist aber eher eine geschmacksache ich drehe gerne mit so einer bodenspinne die die beine zusammenhält unten es gibt aber durchaus auch kamera menschen die ich kenne die drehen mit einer sogenannten mittelspinne die ist auf dieser höhe angebracht so dass sie dann in der lage sind sich zum beispiel mit dem stativ auf eine treppe oder auf einen felsen zu stellen was mit dieser bodenspinne natürlich schwierig ist was sehr wichtig ist auch bei der video produktion ist ein anständiger ton dazu empfehle ich mindestens zwei mikrofone das eine ist ein handmikrofon das halte ich meinem interview partner vor die nase wenn ich ihn interviewen möchte und hier habe ich noch ein kameramikrofon das ich benutze um die atmosphäre rund um das was der da sagt aufzunehmen das kann ich natürlich auch abnehmen und dann auch als mikrofon benutzen das was ich hier gerade am reviert habe das ist ein lavayer oder ansteckmikrofon das ist vor allen dingen dann sinnvoll wenn man zum beispiel durch einen raum gehen will während die kamera einem nicht folgt und man hat dazu eine funkstrecke die dieses mikrofon mit der kamera verbindet so dass man also nicht immer mit dem mikrofon hinterher laufen muss dazu kommen noch ein pop schutz den ich zum beispiel hier drüber ziehen kann damit meine b p k und t laute nicht immer in die mikrofon membran so laut rein knallen und das gleiche funktioniert hiermit damit der wind nicht so sehr ins mikrofon rauscht natürlich noch ein kopfhörer der gehört auch dazu und wer podcasts produzieren möchte der braucht ein aufnahmegerät ich habe hier eins mit vier verschiedenen spuren so dass ich vier mikrofone einstöpseln kann um vier verschiedene leute aufzunehmen soweit erstmal zu der grundausstattung für den ton tapfer bleiben wir sind gleich durch aber ich muss noch ein paar sätze zum thema licht verlieren an lampen empfehle ich eine kopflampe die dient dazu dass wenn ich filme dass ich in der unmittelbaren umgebung der kamera immer auf jeden fall eine beleuchtungsmöglichkeit habe außerdem gebe ich meinem interview partner ein leichtes funkeln in den augen b color lampen empfehlen zu kaufen b color bedeutet ich kann die zwischen tageslicht und kunstlicht hin und her schalten wozu das gut ist und was man damit anfangen kann das zeige ich noch in einem anderen video man braucht für alles das noch adapter man braucht speicherkarten für das aufnahmegerät für die videokamera für beide geräte auch akkus und natürlich die entsprechenden ladegeräte das ist zwar selbstverständlich ich sag's nur dazu weil es sind einige hundert euro die da schnell mal zusammen kommen und die sind natürlich ins budget mit einzukalkulieren eigentlich wollte ich hier an dieser stelle auch mal zeigen was ich in meinem leben bisher so an technik angeschafft habe die ich am ende so gut wie nie oder überhaupt nicht benutzt habe das habe ich mir jetzt aber geschenkt was ich damit sagen will ist lassen sie sich beraten kaufen sie nicht was sie brauchen könnten sondern das was sie brauchen weil am ende weniger eben doch mehr ist